Paul-Victor Ernst Dahlke war ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben Der Sohn des Musikpädagogen Ernst Dahlke wuchs in Köslin auf Gingenstager zur Schule und besuchte die Oberrealschule in Dortmund, wo er 1922 Dekasekunden Abitur machte. Er studierte an der Bergakademie Klaus Dahl und an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Er besuchte auch Vorlesungen in Germanistik und Theaterwissenschaft und versuchte sich als Maler und Holzbildhauer. Ab 1926 absolvierte Dahlke eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhard-Schauspielschule in Berlin. Es folgten seit 1928 Theaterengagements an verschiedenen Berliner Bühnen und in München. Zu seinen zahlreichen Rollen zählten auch die Titelrolle in Karl Zuckmeiers des Teufels General, die Rolle des Professor Higgins in George Bernard Schauspöck-Millen und in Axel von Ambessers das Abgründige des Herrn Gerstenberg die Titelrolle. Von 1934 bis 1944 gehörte er zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Ab 1934 spielte Dahlke in verschiedenen Filmrollen meist vitale Charaktere mit schlichtem Gemüt. Außerdem war er in vielen Dramen-Verfilmungen zu sehen, etwa als Ruprecht in Gustav Huseckis Heinrich von Kleist-Verfilmung Der zerbrochene Krug sowie in den Erich Kästner-Verfilmungen von Das fliegende, Klassenzimmer und Drei Männer im Schnee. Nach dem Krieg war Dahlke unter anderem von 1946 bis 1953 am Staatsschauspiel München tätig. Danach gastierte er an verschiedenen Theatern. Seine Ehefrau Elfe Gerhard Dahlke, die er 1955 in zweiter Ehe heiratete, war als Schauspielerin und Bildhauerin tätig. Einem breiten Publikum wurde Dahlke auch durch zahlreiche Fernsehrollen wie die des Rheinschiffers Jakob Wilde auf der MS Franziska in der gleichnamigen Serie bekannt. Im Jahre 1961 sprach er unter der Regie von Heinz Günther Stamm in der sechsteiligen Hörspielreihe Migré und vom Bayerischen Rundfunk die Titelrolle. Als Synchronsprecher lieh Dahlke seine Stimme unter anderem Charles Lotten und Vincent Price. Dahlkes Grabstelle befindet sich auf dem Friedhof in Grundelsee. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archive der Akademie der Künste in Berlin. Auszeichnungen 1937 Ernennung zum Staatsschauspieler 1966 Pommerscher Kulturpreis 1974 Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1979 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Filmografie 1934 Liebe, Tod und Teufel 1935 Das Mädchen Johanna 1935 Lady Wintermeres Fächer 1936 Verräter 1937 Frederikus 1937 Mein Sohn, der Herr Minister 1937 Patrioten 1937 Daphne und der Diplomat 1937 Der zerbrochene Krug 1938 War es der M3 Stock 1938 Capriccio 1938 Verwehte Spuren 1938 Schwarzfahrt ins Glück 1937 Robert Koch Robert Koch, der Bekämpfer des Todes 1939 Die unheimlichen Wünsche 1939 1939 Kennwort Mäckchen 1939 Befreite Hände 1940 Feinde 1940 Die keusche Geliebte 1940 Das Fräulein von Bernhelm 1940 Friedrich Schiller Triumph eines Genies 1941 Reitet für Deutschland 1941 Venus vor Gericht 1941 Kameraden 1941 Die Kellnerin Anna 1941 Heimaträde 1942 Geliebte Welt 1942 Dr. Krippen an Bord 1942 Andreas Schlüter 1942 5000 Mark Belohnung 1943 Ich vertraue dir meine Frau an 1943 Romanze in Moll 1943 Gefährlicher Frühling 1944 Seine beste Rolle 1944 Das war mein Leben 1944 Der Täter ist unter uns 1944 Ich brauche dich 1944 Orient Express 1945 Ein Mann wie Maximilian 1945 Dreimal Komödie 1947 Und finden der einst wir uns wieder 1948 Lang ist der Weg 1948 1948 Menschen in Gottes Hand 1948 Das verlorene Gesicht 1948 Der Apfel ist ab 1948 Die Zeit mit dir 1948 Frech und verliebt 1949 Das Gesetz der Liebe 1949 Krach im Hinterhaus 1949 Begegnung mit Werther 1949 1949 Der Posaunist 1949 Die Reise nach Marrakesch 1949 Der Bergnostrefling 1950 1950 Der Pfeiler Banser 1950 Der Schatten des Herrn Monitor 1950 Kein Engel ist so rein 1950 Gute Nacht Gute Nacht Mary 1950 Der Fallende Stern 1951 Falschmünzer am Werk 1951 Rausch einer Nacht 1952 1952 Ende Sterne Liebe im Finanzamt 1952 Der Tag vor der Hochzeit 1953 1953 Einmal Kehr ich wieder 1953 Vergiss die Liebe nicht 1953 1953 Alette erobert Paris 1954 Und ewig bleibt die Liebe 1954 1954 Clivia 1954 Die Tolle Lola 1954 Drei vom Varite 1954 1954 Das fliegende Klassenzimmer 1955 Drei Männer im Schnee 1955 Roman einer 17-Jährigen 1955 Meine Kinder und ich 1955 Ihr erstes Rendezvous 1956 Stresemann 1956 Die Erdesdoktor Matt Dann Witz 1956 Der erste Frühlingsstag 1956 Kitty und die große Welt 1956 Made in Germany Ein Leben für Zeiss 1957 Liebe, wie die Frau sie wünscht 1957 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krüll 1957 Das abgründige in Herrn Gerstenberg 1957 Anders als du und ich 1957 Heute blau und morgen blau 1958 Alle Sünden dieser Erde 1959 Der Rebell von Samara 1959 Abschied von den Wolken 1959 Die Wahrheit über Rosemarie 1959 Liebe, Luft und lauter Lügen 1959 Die Nackte und der Satan 1959 Zurück aus dem Weltteil 1959 Die Feuerrote Baronesse 1959 Drillinge an Bord 1960 Ein Student ging vorbei 1961 1961 Sansebar 1961 Jedermann 1961 Der Fall Winslow 1961 Jedermann 1962 Das Mädchen und der Staatsanwalt 1962 Unsere Jenny 1962 Affäre Blum 1962 Deutschland Deine Sternchen 1963 Die Entscheidung 1963 Mit besten Empfehlungen 1963 Die Schwarze Kobra 1963 Das Haus in Montevideo 1964 Begegnung in Salzburg 1964 Eiche und Angora 1964 Eines schönen Tages 1964 Das Geheimnis der chinesischen Nelke 1964 Sie werden sterben Siehe 1964 Das Kriminalmuseum Gesucht Reisebegleiter 1964 Sechs Stunden Angst 1965 Pflicht ist Pflicht 1965 Die fünfte Kolonne Besuch von drüben 1965 Lage hoffnungslos aber nicht ernst 1965 Die Sommerfrische 1965 Das Kriminalmuseum Die Ansichtskarte 1965 Das Geheimnis der drei Junken 1965 Der zerbrochene Krug 1966 Erinnerung an zwei Montage 1966 Ein unruhiger Tag 1966 Ernest Barger ist 60 1967 Ein Schlafgefangener 1967 Das Kriminalmuseum Die Zünnschnuch 1967 Die Heiden von Kumaro und ihre lustigen Streiche 1969 Reise nach Tilsit 1969 Donnerwetter Donnerwetter Bonifatius Kiesewetter 1969 Spion unter der Haube 1970 Heintje Einmal wird die Sonne wieder scheinen 1971 Die Siebenohrfeigen 1971 Das Feuerwerk 1972 Der Illegale 1973 O Jonathan O Jonathan 1973 Der Monddiamant 1974 1974 Der Kommissar Tod eines Landstreichers 1974 Sonderdezernat K1 Kein Feuer ohne Rauch 1975 Die Stadt im Tal 1976 Die Tennerhütte 1977 Des Doktors Dilemma 1977 Sonderdezernat K1 Der Regen bringt es an den Tag 1977 Polizeiinspektion 1 Der Vermisste 1978 M.S. Franziska 1978 Schusters Gespenster 1978 Diamantenpfade 1979 Nachbarn und andere nette Menschen 1979 Tödlicher Ausgang 1980 Der Alte, die Tote Hand 1980 Leute wie du und ich 1981 Oh du fröhliche, besinnliche Weihnachtsgeschichten 1982 Sonderdezernat K1 Die Spur am Fluss 1982 Leben im Winter 1982 Heimkehr nach Deutschland 1983 Unternehmen Arche Noir 1983 Der Reg die Tote in der Isar 1983 Die Zweite Frau 1983 Kontaktbitte 1984 Heute und Damals 1984 Freundschaften Hörspiele 1946 Wer weint um Juckenack Regie Harald Braun 1947 Elga Regie Helmut Brennecke 1949 Das Verhör des Lukulus Regie Harald Braun 1949 1949 Chef von Hafen Regie Fritz Bencher 1950 Damals in Congelon A. Regie Axel von Ambesser 1950 Nichts von Bedeutung Regie Heinz-Günther Stamm 1951 Der arme Mensch Regie Walter Ohm 1952 Der Revisor Regie Walter Ohm 1952 Barabbas Regie Walter Ohm 1952 Das Festbanket Regie Heinz-Günther Stamm 1952 Zwei Männer und ein Gentleman Regie Walter Ohm 1953 Abschied in Tag an Ruck Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Zwei Michaels Abenteuer Regie Willi Porocker 1953 Der in der Mitte Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Im Räderwerk Regie Frenze Rulof 1953 Ohne Angabe der Adresse Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Das Boot ohne Fischer Regie Walter Ohm 1953 Heute Nacht in Samarkend Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Wir waren drei Regie Friedrich Karl Korbe 1953 Der falsche Schutzengel Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Penny Regie Heinz-Günther Stamm 1953 Der Apollo von Belag Regie Heinz-Günther Stamm 1954 Der tolle Bursche Meck Regie Kurt Wilhelm 1954 Zwischen Erde und Himmel Regie Klere Schimmel 1954 Vor der Sintflut Regie Heinz-Günther Stamm 1954 Das Licht der Welt Regie Otto Arnett 1956 Zwischen Erde und Himmel Regie Heinz-Günther Stamm 1956 1956 Die Geschworenen haben das Wort Regie Heinz-Günther Stamm 1956 1956 Minna von Bahnhelm Regie Heinz-Günther Stamm 1956 Das Goldene Rat Regie Fritz Schröder-Jahn 1957 Menschliche Komödie Menschliche Komödie Regie Heinz-Günther Stamm 1957 Die Ballade vom halben Jahrhundert Regie Heinz-Günther Stamm 1957 Martha Mata Regie Heinz-Günther Stamm 1957 1957 Der Telefonist Der Telefonist Regie Hans Rosenhauer 1957 Menschen im Hotel Menschen im Hotel Regie Heinz-Günther Stamm 1958 Barabbas Regie Barabbas Regie Fritz Wim Wallenborn 1959 Die deutschen Kleinstädter oder ein Mann kommt in die Stadt Regie Heinz-Günther Stamm 1959 Das Tagebuch der französischen Bürger in der Serie Regie Heinz-Günther Stamm 1959 Wohin so eilig schönes Kind Regie Nicht genannt 1959 Hasemanns Töchter Regie Heinz-Günther Stamm 1959 Johannes Feuer Regie Heinz-Günther Stamm 1959 Die Weber Regie Heinz-Günther Stamm 1960 Jubiläum Regie Martin Walzer 1960 Die Schmetterlingsschlacht Regie Heinz-Günther Stamm 1960 Inspektor Honli Regie Walter Netsch 1961 Der Retter Regie Walter Ohm 1961 Vogelinsel Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und die Bohnenstange Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und der Gelbe Hund Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und die Unbekannte Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und sein Revolver Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und die Groschenschenke Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Megré und seine Skrupel Regie Heinz-Günther Stamm 1961 Der Sonderfall Regie Der Sonderfall Regie Axel Korthy 1961 Gordstraße Regie Walter Ohm 1962 Das Extemporale Regie Heinz-Günther Stamm 1962 Die Gespaltene Hand Regie Heinz-Günther Stamm 1962 Sperrzone Regie 1962 Edward Rote 1962 Gefahr Regie Fritz Schröder Jahn 1963 Schillock Holmes auf freies Füßen Regie Heinz-Günther Stamm 1963 Vor Sonnuntergang Regie Heinz-Günther Stamm 1964 Waldhausstraße 20 Regie Walter Ohm 1964 1964 In der Sache J. Robert Oppenheimer Regie Fritz Schröder Jahn 1964 Die Ehre Regie Heinz-Günther Stamm 1964 Die Hose mit Autor und Regie Rudolf Nölte 1964 Heilige Zeit Regie Heinz-Günther Stamm 1965 Plädoyer Regie Friedhelm von Peterson 1965 1965 Einmal ein Mörder immer ein Mörder Regie Hans Kremer 1965 Die Fahrradklingel Regie Matthias Neumann 1966 Midas der Schimmernden Berge Regie Heinz-Günther Stamm 1967 Der Engel mit der Plastikbombe Regie Walter Netsch 1968 Joel Brandt Regie Walter Ohm 1968 Die Fee Regie Heinz-Günther Stamm 1971 Ich bin ein Krimineller Regie Heinz-Günther Stamm 1972 Besser gar nicht als Spät-Regie Fritz Schröder Jahn Schriften Heiteres Sternbild Blüchert Verlag Stuttgart 1955 55 1 2 5 5 5 6 7 8 8 10 Untertitelung des ZDF, 2020